Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so eine Axt wieder richtig scharf bekommst, wenn diese vorne einfach schon relativ stumpf ist und damit wirklich nicht mehr gut Holz gehackt werden kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Gleich einmal vorweg noch, die Klinge hier vorne bei meiner Axt muss nicht rasiermesser scharf sein. Hiermit möchte ich nur Holz hacken und nicht mich irgendwie danach noch rasieren. Deswegen reicht es aus, wenn es vorne ungefähr scharf ist und das zeige ich dir jetzt einmal. Zum Schleifen gibt es verschiedene Methoden, ich bevorzuge jedoch die Kombination aus einem Winkelschleif von einer Fächerscheibe hier vorne. Hierdurch habe ich bisher immer das beste Ergebnis erzielen können und dann macht das Holzhacken das nächste Mal auf jeden Fall wieder mehr Spaß. Eine Fächerscheibe mit einer Körnung von 80 ist hier wirklich optimal geeignet. Diese gebe ich jetzt einfach mal in meinen Winkelschleifer rein. Hier habe ich noch eine spezielle Schnellsparmutter, was ich auch schon mal in einem anderen Video vorgestellt habe. Hier reicht es nämlich aus, wenn ich das Ganze per Hand festdrehe. Und jetzt zeige ich euch mal noch die Axt, die ich jetzt wieder scharf bekommen möchte. Man erkennt es hoffentlich schön, dass hier vorne bei meiner Schneide sogar schon so leichte Eigenkärbungen sind. Also da scheint, das ist übrigens die Axt von meinem Vater, der scheint mal da etwas daneben gehaut zu haben. Und auf der anderen Seite schaut es natürlich auch nicht anders aus. Und mit dem Finger kann ich hier überall drauf gehen, denn das ist nicht mehr wirklich scharf. Diese werde ich jetzt mal schön schärfen. Hierfür muss ich meine Axt jetzt einfach einmal in einen Schraubstock einspannen, damit hier die Axt natürlich schön fest ist und diese nicht irgendwie hin und her rücken kann. Ich habe hier übrigens noch etwas Küchenpapier oben den Griff rumgewickelt, dass dieser jetzt nicht verkratzen kann. Und ich würde sagen, die Axt ist fest drinnen. Zu Beginn noch eine kleine Trockenübung. Die Fächerscheibe wird in diese Richtung gedreht. Wenn ich diese jetzt einmal zu meiner Klinge herhalte, kannst du sehen, dass die Fächerscheibe von der Klinge hinweg gedreht wird. Du solltest darauf achten, dass du auf gar keinen Fall deinen Winkelschleif jetzt zum Beispiel einmal so hältst und dass dann die Fächerscheibe gegen die Klinge stößt. Denn das tut der Fächerscheibe und vor allem auch der Klinge auf gar keinen Fall gut. Auch solltest du darauf achten, dass du den Winkel von der Schneide hier vorne ungefähr einhältst. Du hältst also deinen Winkelschleifer ungefähr in diesen Winkel einmal hin und dann gehst du von vorne nach hinten oder von hinten immer nach vorne. Hat einfach den Sinn, dass die Wärme hier gleichmäßig verteilt wird und das Ganze hier vorne nicht zu heiß wird. Denn wenn die Klinge zu heiß wird, das erkennst du meistens daran, dass sich diese dann verfärbt, dann verliert die Klinge auch an Härte. Und das möchten wir bei einer Axt auf gar keinen Fall haben. Im Notfall noch etwas mit Wasser kühlen, also zum Beispiel einen Eimer mit Wasser nebenhin hinstellen und regelmäßig die Axt in diesen Eimer geben. Doch genug zur Theorie. Jetzt erstmal Schutzbrille und Gehörschutz dran machen. Das ist ganz wichtig. Und dann fange ich einmal an. Die Schneide glänzt hier vorne jetzt wieder und vor allem schaut das Ganze optisch um einiges wieder besser aus. Hier kann man auch sehen, dass diese groben Einkerbungen weg sind, also größtenteils weg sind. Und jetzt kann ich mal meine Axt umdrehen und auf der anderen Seite mache ich das selber noch einmal. Wieder darauf achten, dass man den Winkelschleif jetzt richtig ansetzt, also nicht verkehrt herum. Und hier nochmal ein kurzer Vorhervergleich, wie das Ganze zuvor ausschaut und wie es jetzt gleich danach ausschauen wird. Ich denke Bilder sagen mehr als tausend Worte. Die Klinge ist hier vorne wieder schön scharf. Auch vom Optischen her sind keine Einkerbungen mehr drinnen. Ich muss wirklich schon mit den Fingern ein bisschen aufpassen, wenn ich hier vorne hingehe. Natürlich nicht rasiermesserscharf, aber das habe ich am Anfang schon gesagt. Und es kann jetzt übrigens noch sein, dass hier auf der gegenüberliegenden Seite ein ganz leichter Spahn entstanden ist. Diesen kannst du am besten noch mit einer kleinen Eisenpfeile hier weg machen. Der Spahn stört eigentlich nicht wirklich und würde bei der ersten Benutzung sowieso runterfallen. Aber wenn es um das Optische geht, Eisenpfeile nehmen und der Spahn ist weg. Und somit haben wir unsere Axt jetzt auch schon wieder richtig scharf bekommen. Ich persönlich kann so einen Winkelschleifer mit einer Fächerscheibe hier vorne nur jedem Hausrat ans Herz legen. Egal ob, wenn man jetzt eine Axt zum Beispiel schärfen will oder vielleicht sogar vom Rasenmäher das Messer. Dieses Teil hier ist wirklich Gold wert. Wenn du dir jetzt so einen Winkelschleifer, eine Fächerscheibe, egal in welcher Körnung, so eine Schnellspannmutter hier vorne oder vielleicht sogar eine neue Axt zulegen möchtest, weil deine hier vorne einfach schon zu sehr kaputt ist, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität vom Markenherstellen zu einem relativ künstlichen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in dein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersilien hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen. und dann auch hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken,